BEST IN PEACE! Wollen wir drauf, Timo? Ja, gehen wir gleich drauf. Also, 3, 2, 1, los! Boom! Warte, ich muss auf die Joint Server zurück, sonst geht's nicht. Ich habe meine Grafikkarte noch weiter übertaktet. Ja. Dann hatte ich 230 FPS. Aber es hat einfach so zittert, wenn ich mich runter bewegt. Ja, das ist, weil es quasi praktisch übertaktet kriegt stimmt. Also, hallo zu Varo. Timo, willst du ja schnell sagen, dass alle Menschen wir abonnieren sollen? Alle Menschen sollen bitte noch abonnieren, weil er cool ist. Nein, ungekehrt. Menschen sind cool. Ah, Menschen sind cool und wir sollen euch alle abonnieren. Genau so, Timo. Finde ich da etwas? Das weiss ich nicht. Ah, da sieht es aus, als ob es schon gelaudert wäre. Äh, die haben wir eigentlich noch Level-Farmen oder wie gesagt? Ja, ja. Ja, die hat gesagt, ich muss nämlich, mein Schwert ist noch Much. Was hast du eigentlich alles auf deinem Schwert? Sharpnuss 5, Unbreaking 3 und Fire Respekt 2. Wow, das ist so ein geiles Schwert. Ja. 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 Ich bin mit einem Flieger zusammenzustellen. Ja. Ja. Na gut. Und noch ein Video gesehen, da fliegt 450 kmh. Perfekt. Ich bin hier. Ich stehe davor, du fliegst in einen Menschen mit dem... Bist du das alles mit Quark ziehen? Ja. Also bist du das wirklich gewesen? Ja. Okay. Ich hab dir fast gesehen, glaube ich, gestern... ...bist du mit dem Töffel in die Bäuerin durchgefahren? Ja, bin ich eigentlich. Ja, gut. Ich hab dann auch aus einem Menschen gewonnen. Wir waren seit dem März davor. Aha. Ja, aber nicht gesehen. Mir ist es langweilig, ich würde im Ganzen drinnen gucken, wie nach dem Töffel fallen. Es legt mir. Ja, Arschkau. Ja, es legt mir. Ja, das denke ich mir. Okay, ich kann schärfen... Ich kann schärfen... 5 machen, aber mit Rückstoss 2. Okay. Ich glaube, ich mache es. Oh, fast in die Lava fällt. Ich glaube, ich mache es im Fall. Äh... Weisst du was, ich verbringe das sicher noch nicht. Ich mache zuerst noch schnell meine Schuhe. Also ich mache noch gute Schuhe. Ich mache einfach... Hä? Ich habe meine Schuhe einfach noch mucht. Das ist nicht so cool. Meine Chessplate ist nicht mehr so ein Feier. Ja, die kommt dann flicken. Kann man die mit Diaz flicken oder muss man da noch eine Chessplate an? Nein, nein, mit Diaz. Okay. Ah, das ist so leicht. Wie viele hast du noch? Ich habe noch 12. Actually nicht mehr so viel. Oh ja, zwei. Jetzt können wir auch wieder eine Farming-Folge machen. Ja. Ja, Schluss. Okay. Bitte gönn mir einfach mal etwas auf meine Schuhe. Timo, das... Das Game war mir einfach dort. Wollt's nicht gehen? Nein, das will einfach nicht. Bitte jetzt. Federfall 4. Und die nächste Spitzhacken. Und... Und... Hey, hier geht's. Ich habe 3 Level für die Oberen, ich weiss es nicht. Und... Federfall 4. Und Timo, ich habe über 20 Spitzhacken schon für die Oberen. Wieso hast du so viel E-Seminarien? Ich habe nichts wertvolles... Ah, 7! Effizienz... Die sind alle Effizienz-Zeit. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Danke. Ich glaube, ich mache jedenfalls... Ich würde die... Ich würde die zusammen-Craften, eine Effizienz-Zeit. Aber die kosten halt. Ja, ich weiss. Aber... Ja... Ich müsste eh nicht mehr MF-Zauber außer der Rüstung. Ja, dann. Ah, stimmt. Wie sollst du alles auf der Rüstung? Öhm... Ehm... Pro... Pro... Projektil, Protect... I's... Und digo, dass ist ja eine MW. Die Ohren 2. Und so zu... Schutz 3. Ich glaube, ich mache jetzt voll das auf meinen Schuh. Und alles andere? Ja... Ist einfach MW. Ah, nur. Ich weiss ich dir nicht mehr, was durchgeht. Du hast ja einen Koordinator gefötelt. Ja, aber ich mach jetzt noch ich Handle. Ja, du musst aber. Ich habe jetzt keinen Bock. Warte, es ist bei... Minus 130 Minus 130 und 170 Ja, da läuft ja mal in die richtige Richtung Ah ja, ich glaube sie ist aus Merci vielmal Wenn wir da nicht draussen gehen Schleien, dann noch ein Zombie Pigman und die gehen abfacken Hier unten hat es ja recht viel Ah, das können wir heute gönnen Und wir können da kommen Wenn ich so runtergehe und einfach stirbe Das wäre schon lustig Ah, durch Ist mein Schädel eigentlich an? Ich mach den mal aus Der juckt So Wir müssen heute im Fall Ja, wir müssen heute Warum kann man keinen Pfeil verzogen? Ich habe gerne Scharknüsse auf dem Pfeil, weißt du? Oh, das ist... Ui, ui, ui Au Ah, Junge, das ist fett Lava-Sinn Oh no Nein, hier kann ich lieber nicht heran Äh Äh Oh, der Timo Ich habe ein gutes AG-Box gesehen Ich habe ein gutes AG-Box gesehen A Ryzen 7 Äh, 3700X mit 8 Kernen, oder? Ich kann dafür 230 mit Versand haben Und ähm Jetzt weiss ich nicht, ob das machen soll Das kostet eigentlich Oh, das lag Ah ja Da geht eigentlich Äh, können wir jetzt gerade vom Server? Ah, jetzt Da geht eigentlich Alben so für 300 Okay Und jetzt weiss ich nicht Weißt du nicht ein Das Geld hat ja Easy, Bruder Nein, ich bin einfach kein Interfan Das ist einfach Muck Ja, ich weiss Äh Jetzt noch ein bisschen Jetzt auch noch ein bisschen Der ist wirklich Muck Äh, was? Gaming Hattest du Bock auf eine Ryzen 5 2600? Ich habe kein Motherboard Wo eine Ryzen 5 2600? Ja, also hat er ein Bandboard Nein, ich habe kein Bock Beides haben wir für 180 Nein, ich habe kein Geld Ich bin 4 Franken Witz Einstaff, hast du Null Geld auf dem Konto? Null Geld Läuft Ich habe mal vielleicht 3-4 Franken Aber ich weiss Geradeaus haben jetzt die 4 Irgendwas Ich denke ich habe gerade Weil mein Konto stand Bist du mir noch sicher? Nein Aber vom Lotse Das sage ich mal Das mache ich von den verdammten Manni Das glaube ich Ich sage mal so Pro Mal Du bekommst 5 Franken Und ich gehe 5 Mal in der Woche Du kannst selber ausrechnen 5 Mal in dem Monat bekommen Alexa Wie viele Wochen hat ein Monat? Simon, ich gehe einfach 4 Mal Also 4 Wochen Ich gehe Alexa 5 Mal 5 Mal 5 Mal 7 Nein Mal 4 Stopp Alexa, Stopp Alexa ist verdammt Alexa 5 Mal 5 Mal 4 100 Franken Ja, das ist eigentlich verdammt Ich gehe Ich weiss Ich glaube ich gehe hier ab Das ist halt wirklich nachgekommen Das ist halt wirklich nachgekommen Niklin, wieso läufst du auf mich zu? Das gefällt mir eigentlich nicht Das tut auf mich Das tut auf mich Oh, die hat sie noch viel Timo, ich habe die Goldgrube gefunden Ja, gut viel Hast du mir in eine Festung gehen? Ah ja Wenn wir das machen Das bald ich für den oberen Tag Dann können wir zur Festung gehen Ja, ja Meine Rüstung habe geschenkt Weil wir selbst einen Platz aufhören Weil am Ende ging die erste Folge online Die man uns hier sieht Darum hat sich gerade durchgeführt Äh, die Reif sind dann auch gespielt? Äh, ja, sicher, ja, ja Ciao Wieso? Ähm, äh Ich gehe Spawntrapper machen Ja, also ich habe nicht genau gewusst wo Das sie sich ausgelassen Ja, aber sie haben jetzt wieder hochgelassen Ah ja, aber sie haben sicher aufgenommen Also wirklich noch cool Ich konnte nämlich direkt Als wir eine Talente machen Äh, der Endrache innerhalb von 2 Äh, Stunden zu besiegen Ja, das habe ich gesehen Wäre das noch nice? Das würden wir locker schaffen Ja Wäre das im Ideal In 20 Minuten allein schaffen Ist 2 Stunden echt zu viel? Weil du musst halt, äh Alles fahren möchte Endingmaske, die ja Und Oh, nether right Und du weißt Easy Ja, ich frage Ja, ich frage Ich weiß nicht, ob das noch cool ist Ja, ja Das wäre schon noch cool Jetzt bin ich gerade level 30 Ah, wie viel nether Ding hat es hier Nether quartz Das hat, ja, kategorien 3 Billionen auf 1 move gefunden Das ist eigentlich noch viel 3 Billionen 3 Billionen Was habe ich jetzt weg gesehen? Stimmt, der Trump ist überall blockt worden Ja Auf Twitter und so Er hat ein Meme gesehen Ich habe sogar auf Spotify Und auf Reddit Blockt worden Hä, also ob Was habe ich für einen Hass gegen den Typen? Keine Ahnung Wie viel Er hat, äh Das hat er nicht so machen mit dem Quastachl aus, oder? Nein Aber irgendwie alles Wo ist es gerade blocken Ich meine, es ist immer noch der Präsident Also Ja, aber Er macht so viel Scheissdreck Uh, Gast Er hat ja noch alle seiner Familie Also er hat ja ein paar Angehörige gehabt Die lebenslänglich hatten im Gefängnis Ja Aber ein Präsident kann die ja begnadigen Ja Er hat ja noch alle seiner Familie Angehörige begnadigt Ja Jetzt ist er ein Mann Schutztüfe, Federfall Ja, die sind ja schon besser als meine Schuhe Ja 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 Jetzt kraftet ihr alles zusammen Oh Gott, der Gast Noch eine ist hinten Ich habe gerade einen umgebracht Nein, gar nicht gesehen Äh Ach, schärfe 4 Schärfe 4 Ja Das ihr dort einmal zusammen kraftet Schärfe 5 Dann Uh, Gasträne Das 2 hier Äh, Verbrennung und Ding kostet 4 Ah, kannst du nochmal Koordinaten sagen? Alter, schärfe 5 Halbbarkeit 2 Rückstoss 2 Verbrennung 2 Haha, Alter Jesus Christ Ah, Koordinaten sind Äh Minus 130 Äh, 180 Merci Jetzt habe ich praktisch nur Level Jetzt habe ich praktisch nur Level Aber kann ich es abreissen, das Zeug? Äh Ja Mal ja Kannst du echt noch ein paar Sachen nehmen? Vielleicht so die Eisenblöcke oder so? Ja, ich bin gleich auf dem Weg Home Minus 130 Ja, Minus 130 Ja Und dann 180 Das Schwert kann es eigentlich nicht mehr in mein neues Schwert Die Bogen Ah, mein Bogen Stimmt Mein Bogen 18 Level Aua Äh, die Haken Hier lasse ich einfach hier Äh, die Läuche, die Schmuck Effizienz Ja, sicher Wir nehmen nicht alle 25 Haken damit Ich habe einfach ein paar Effizienz 2 Haken damit Ich habe einfach ein paar Effizienz 2 Haken damit Wieso? Eine lohnt Du kannst noch ein paar, nein, ich habe noch viel Ich kann noch eine viel mehr machen Ich kann noch eine viel mehr machen Kundst du gerade, oder? Ja, ist ein bisschen problematisch Ich bin ja gerade im Im Nicht drin Perfekt Weisst du, wo die Festung ist? Äh, was ist die Höhe von unserem Ding? Aha, das ist 61 Hast du mir gehört? Ja, 61 Ich gehe hier gleich noch ein Inventar sortieren Das ist alles gleich so Da, da Äh, ja, jetzt auf dem Handy Warte, jetzt mein Chat Ah, nein, jetzt nicht auf dem Handy Ich habe einen Screenshot Ich will im Ordner In welchem Ordner tut es Minecraft Screenshots habt? Sie sind von nicht Sie ist DMC Äh, äh Äh Warte, wenn ich F2 drehe Ich habe gerade gesehen, wie mein Bogen heisst Ja Eisenhacki, die kannst du noch mitnehmen Und ich glaube, der Schärfe für 3 Schärfe Ich nehme mich auch noch mit, oder? Ja, ja, ja Ähm Ja, dann jetzt alles Eisenblöcke kann ich noch mehr Sonst So Weisst du, ich mache einfach alles zu Blöcke Äh, okay, ich weiss nicht Oh, das, 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 äh Als ob das ein Tipp ist Gut, den Rest könnte ich mir eigentlich hier lassen Äh Gut, ich wäre bereit, ich baue mir das Zeug noch ab, bist du gut? Ja Kann ich es abbauen? Ja Dann sind wir uns ja einig Ah, ich sehe die Namen im Fall Ja Punkt, mein Kannst du mich eigentlich beschützen, damit sie nicht sterben? Ja Irgendwas schwinge ich Ja Jeder Moment Oh, oh, ist mein Minecraft abgestürzt? Bitte nicht Ich lass das mal noch Du lebst noch Ah, du hast im Fall keinen Schuh mehr Ja, ich weiss Sind sie kaputt gegangen? Nein, bevor ich nicht mehr runtergekommen Ich wollte, dass sie kaputt gehen Ah, okay, gut Windows R Oh, oh Microsoft Windows reagiert nicht mehr Äh, weniger gut Ja, aber jetzt haben wir ja hier nicht mehr Äh Minimum 6 Minuten, das ist nicht so gut Creenshot, hier Äh 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 Schau einfach im Internet, oder? Auf dem Handy Ja, ja, ich habe es schon Da Jetzt ist es nicht Das muss ich Nein, das ist falsch Äh Ich bin jetzt im Drampos Nein Nein, das ist falsch Nein, das ist falsch Nein, das ist falsch Okay, gut Jetzt bin ich noch in-game? Ja, ja Also bin ich noch auf dem... Ja, ja, ja Okay, gut Das Microfd bewegt sich, darum geht nichts Äh Oh, oh Es ist im Räuel Perfekt Perfekt Okay Ich gehe in Task Manager Mach es jetzt mal zu Ja, mach Ich nehme gleich alles mit, was ich mitnehmen kann Aber du musst auch noch Kisten, wo du eins oder andere mitnehmen und zwei öffnen Nicht mal im Task Manager Wenn die Task beenden drücken, weiß ich doch nichts Noah Ja? Ah Jetzt bist du gelaufen Ich habe nicht... Ja, ich habe mir gehofft zu dir Äh, wenn du willst, kannst du die Koordinaten in den Chat schreiben Aha, ich habe sie gar nicht Ja, ich weiss, aber... Weisst du, wie ich dir das jetzt sage? Also, die erste wäre 33 Ja, äh... 33, ja 6,9 6,9 107 107 Ah, die ist super hoch Ich gehe wieder an Wo bist du? Ich bin da oben Ich bin da oben Ich habe den da oben gebaute, der da oben geht Du musst dich aber anscheinend in die Höhle über die Zeug holen Ich schaue an, wie ich das gehe Ja, ich mache Wie haben wir gesagt 33, 107 Also, recht nahe eigentlich Kannst du nochmal einen Chat schreiben, dass die Büro steht Also, 3... Aha Äh... 33... Äh... Und... 107 Wir müssen eigentlich... Was soll ich aus der Kiste mitnehmen? In diese Richtung müssen wir Ja, eigentlich die... Die eine oder andere hacken Mit Efficiency 2 aber noch Ja, ja Handbraking Kannst du da oben? Ich laufe von oben Ja, ja Wie jetzt... eine Quarz Ich brauche dann für mich auch ein bisschen Quarz Ich habe schon wieder 10 Äh... wo bist du jetzt? Äh... ich bin da oben gebaute Also, du gehst richtig, äh... Ey, du kannst schon die Aufbau der Tempel dran und ich Bei den Quarzsäulen Ah, du hast mich gebaute Bei den Quarzsäulen Ah, du hast mich gebaute Bei den Quarzsäulen Ich bin da oben Perfekt Äh... 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 Oh, Achtung! Ja, Achtung! Oh, bin ich verkehrt! Äh, ist auf mich aber Äh, wo müssen wir hin? Ach so, eigentlich ziemlich gerad Ja, eigentlich Ah, der hat keinen Block mehr Du hier noch geschwind Kannst nicht rufen Äh... Wie viel wir gesehen? Minus? Warte Nein, 33 Gar nicht, Minus Ah, der läuft nicht die richtige Richtung Und 107 Also hier geht gerade aus, eigentlich Ja, also ziemlich Die Hinger ist gekoppelt Das ist nicht zu akne Ah ja, schau, da ist es ja Ah ja Ah ja Ah ja lol Ah ja lol Ah ja lol Das ist überlebt, oder? Jaja, auf jeden Fall 4 Einen Bruder Alter, ein Halsherzschaden Ich weiss nicht, ich bekomme auch mal kaum Falsch Manchmal legt es einfach so ein Ich habe nur, äh... Mein Herz ist falsch Hier ist ein bisschen Lava Ich bin hier, aber hier geht es nicht Äh, wo sind die Places? Äh, ich weiss nicht, ich bin hier Lass mich ein bisschen rein Oh, das ist... Oh, das ist geil Äh, wieder Skalette, wieder Skalette Ja, ich sehe es Wollen wir wieder spawnen? Ja, ich sehe es Ja, ich sehe es Such doch mal Places Ich muss hier nämlich noch ein paar Level gehen Wir haben nur noch 1 Minuten 40 Nicht gut Ey, 1 Minute Jetzt kann ich... Kann ich deinen Spanner abholen? Kann es sein... Jetzt mach ich noch Blades Ah Das sind doch eher weniger gut Er hat aber jetzt einen Spanner Ja, aber jetzt ein Spanner Äh... Wo bist du hierher? Äh... Alter, einfach 2-Hit Es wird Skalette 2-Hit Ja, der Blades hat aber nicht Blades Uff! Was ist das? Warte, ich mache zu dir Ich habe nur noch 4 Sekunden Wo bist du? Ah, dort... Nur noch 4? Nein, 40! No, no, no! Dort oben ist es, dort oben ist es Ok, ja, dann bleiben wir sonst hier Oh, bitte Wollen wir gleich da rein? Oder? Hier, hier oben sind echt Blades Äh... Ich... Oh... Oh... Wollen wir wirklich nicht rausgehen? Nein! Ich habe noch 19 Sekunden Ja, dann geh ich ein bisschen... Hier abholzen Wie hat sie gesagt Ja, das ist gut Hier Ist doch... Ist doch heute schon ein Trampus? Ah... Ich würde nicht Komm, kannst du auch ein bisschen weg? Gut Wir sind ein bisschen aufhörig Nein, nein Juppiajee Also wir haben es gesehen mit dieser geilen Folge war Äh... Tschüssi Tschüssi Aber bitte Abonniere Attikse Ette Und